Also folgendes, folgendes Strat, let's go win. Okay, 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 okay. Der Erster ist da. Du hast so bei diesem Fenster da geblockt. Du hast deinen Arsch nicht so schmuf da durchbewegt. Ich muss einfach vorschlagen, dass wir das jetzt was zum Gewinnen. Da habe ich kein Problem mit. Ich bin gleich drüber gesetzt. Auf dem Hausdach, auf dem Hausdach. Jonas, da fährst du dir einen. Sehr, sehr gut. Verdient. Ich legst dir jetzt mit der Aufregung. Ach, der ist. Ja, der hat's gepflegt, dass ich hier bin. Können wir holen so. Nee, der ist... Junge, in meinem Sitz, jetzt ist Brace. Das war aber auch schon wieder. Der erste Bullet war ein Headshot. Danach ist nichts mehr auf Kopf regegangen. Nick, einer push K. Hab den K. Was hat er denn da für ein wildes Face-Off, wenn die Granate den killt, ne? Boah, die hat übelst gesessen. So, Ninja macht auch Spaß. Ohne Scheiß, dass ihr das so oft macht. Einer kommt nicht. Boah. Ich finde das Profilbild von dem Laden sehr sexy. Boah, ich muss eigentlich mit meinem Profilbild dann. Echt geil. Das ist ja von Coffin Dance, ne? Ja, aber Russian-Style. Haben die dich beide gechallenged outside gegen die Aave mit einer AK, oder was? Ne, der eine hatte ne Scout, der andere war close-up unter der Treppe da vorne. Ah, Affe. 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 Boah. Die sind schon richtig, richtig schlecht, die Affe. Warum soll ich das jetzt schreiben? Ich finde, vielleicht sind die einfach nicht so gut. Ich bin so ein sozialer Typ bei sowas. Oh, ich hab mich selbst geblockt. Ich hab mich selbst geblockt. Links. Boah, so ein Glück, du Affenkind, ey. Du hast ein Affenkind, bist du. Ich mach'n Rush-Plan, ich probier's. Ja, alles klar, er gibt mir durch die Tür. Ah, erst mal den Thomas-Ding passiert. Boah, ich muss mal einmal pissen. Wie viele Likes wollen wir auf das Video sehen, ist die Frage. Diesmal nämlich eine Million. Eine Million Comments. Wenn ihr's nur nicht getan habt, schaut unbedingt auf meinem Tisch vorbei. Bis dahin. Tschö, mit dir. Du hast auch noch, tschö, sagen wir noch. Du hast auch noch, tschö, sagen wir noch.